Gründe der Vergabe der Dankeskulptur an die Stadt Essen 1. Verzichtet die Stadt Essen auf Eintrittsgeld bei einer Dauerausstellung, in Klammern kulturelle Teilhabe, Integration und vieles anderes. Der Eintritt in die Dauerausstellung des Essener Kunstmuseums Wolfgang soll frei bleiben. Die Grupp-Stiftung werde die Finanzierung für weitere anderthalb Jahre bis Ende 2021 übernehmen, teilten die Stiftung und die Stadt Essen am Montag mit. Ab 2022, dem Jahr des 100-jährigen Bestehens des Museums in Essen, will laut Oberbürgermeister Thomas Kufen, CDU, dann die Stadt für dauerhaft freien Eintritt in die ständige Sammlung sorgen. Das international renommierte Museum, Wolfgang ist nach eigenen Angaben das erste große deutsche Kunstmuseum mit einem solchen dauerhaften Angebot. 2. Rahmenkonzeption zur Wolfgang-Dekade Dabei soll die Wolfgang-Dekade für Verständnis, Erlebnis und Wahrnehmung des erneuerten, erneuerten Wolfgang-Gedankes in der Stadt und darüber hinaus sorgen und soll dabei immer Wolfgang als Ort, an dem sich die Gemeinschaft trifft, im Blick behalten. Auch eine Förderung der kulturellen Bildung und Vernetzung wird angestrebt. Dies soll beispielsweise durch die stadtweite strukturelle Verankerung von kultureller Teilhabe an schulischen oder außerschulischen Orten sowie durch die Sichtbarmachung regionaler, überregionaler Netzwerke umgesetzt werden. 3. Rückgabe der Beninbronze Das Thema Restitution ist ein schwieriges und heikles Thema. Nichtsdestotrotz bewies das Museum, Wolfgang und die Stadt Essen Aufklärungswillen und setzten dies in die Tatsachen um, indem sie die Rückgabe bewilligt haben. Sie entschieden sich für die Eigentumsübertragung der Beninbronze, Gedenkkopf eines Ober zurück an die Bundesrepublik Nigeria. Das Museum, Wolfgang besitzt seit 1932 durch eine anonyme Schenkung die Beninbronze, Gedenkkopf eines Ober, Punkt, im Namen der Stadt Essen und des Wolfgang Museumsvereins e.V. als jeweils hälftige Eigentümer der Wolfgangsammlung die Eigentumsübertragung der Beninbronze an die Bundesrepublik Nigeria umzusetzen. 4. Projekt Interkulturelle GesundheitslotsInnen Das Ziel des Projektes Interkulturelle GesundheitslotsInnen und GesundheitslotsInnen ist die Chancengleichheit, so dass Essener Stadtoberhaupt, der an insgesamt 19 Personen die gesundheitliche Zertifikate aushändigte. Sie als interkulturelle GesundheitslotsInnen übernehmen wichtige Aufgaben, informieren Menschen mit Zuwanderungshintergrund und stärken zugleich die Eigenverantwortung von Migrantinnen und Migranten. Im Namen der Stadt Essen bedankt sich Thomas Kufen dafür, dass viel Kraft und Zeit investiert, sich und sich intensiv am Schuhen lassen, Punkt. Dieses Engagement ist aller Ehren wert und verdient Anerkennung. Wie finde ich den richtigen Arzt? Was kann ich tun, um gesund zu werden und zu bleiben? Wie funktioniert das deutsche Gesundheitssystem? Antworten auf diese Fragen sind mit einer Sprachmaniere oft nur schwer zu finden. Interkulturelle GesundheitslotsInnen und Gesundheitslosen setzen genau dort an und informieren Menschen mit Migrationshintergrund über die vielfältigen Angebote im deutschen Gesundheitssystem, sowie über die Themen der Gesundheitsförderung. Ziel des Angebots ist, die Eigenverantwortung von MigrantInnen zu stärken und Informationslücken zu schließen. Danke an die Stadt Essen. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. 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 Das sind die Stadt dreamersoreiche E redes Und jetzt, das ist ein Jahr 70er Jahre alt, wo wir uns in der Welt wiederholfen, die wir in der Welt wiederholfen haben, in der Welt wiederholfen. Denn wir haben uns auch noch ein paar Jahre alt, die wir haben, wir haben uns auch noch ein paar Jahre alt, oder ein paar Jahre alt oder ein paar Jahre alt. Das ist eine große Herausforderung. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. und den Menschen noch einmal von meinem Schaden in Berlin. In diese Weise von Gotthold aus der Bremse von ihren Pflegemann boneke beherrten von den Bremsen. Es war der Forderung von den Bremsen, der wir in die Hoffnung haben, von den callen Konkram, der Bremsen abgörd den Bremsen von der Bremsen und die wir unterrichteten Bekannten in die Bekannten, die wir mit der Bekannten, und die wir mit Bekannten, die wir mit der FEDERAL-Ali-Gerien in den FEDERAL-Ali-Gerien. Wir haben hier ein paar Jahre mit der Folkbank Museum Eiffel geschah, die wir in der Folge von Falkbank zusammenarbeiten können. Im Bereich ist die einfachen Vorstellung der FEDERAL-Ali-Gerien. Das war die Verteilung von der Veränderung der Veränderung. Die Veränderung der Veränderung der Veränderung ist, und das Projekt der Veränderung der Veränderung in der Veränderung ist. Nun ist es ein Wachstum, der sich in der Stadt und der Stadt und der Stadt. der Energie und die Energie zu erhalten. Das ist ein Grund. Der Doktor ist die Beinung. Der Doktor ist die Beinung. Das ist die Beinung. Wir haben eine Beinung, die die Beinung der Alemannen anwesend ist. Es gibt noch 100,000 Personen, die die Zeit nicht mehr als die Zeit verabschieden. Die Städte der Städte sind die Städte und die Städte der Städte, die sich in die Städte und die Städte mit der Städte und die Städte und die Städte. Reasons for awarding the Thank You Sculpture to the City of Essen. Waiver of admission fee for a permanent exhibition cultural participation integration admission to the permanent exhibition of the Essen Art Museum Volkbank should remain free. The group foundation will take over the financing for another year and a half until the end of 2021. The foundation and the city of Essen announced on Monday. From 2022, the year of the 100th anniversary of the museum in Essen, according to Lord Mayor Thomas Kufrin CDU, the city wants to ensure permanent free entry to the permanent collection. According to its own statements, the internationally renowned museum Volkbank is the first large German art museum with such a permanent offer. 2. Framework concept for the Volkbank Decade The Volkbank Decade should ensure understanding, experience and perception of the renewed Volkbank idea in the city and beyond and should always keep an eye on Volkbank as a place where the community meets. The aim is also to promote cultural education and networking. This should be implemented, for example, through the city-wide structural anchoring and anchoring of cultural participation in school or extracurricular locations and through the visualization of regional national networks. 3. Return of the Benin Bronze The subject of restitution is a difficult and sensitive subject, but the Museum Volkbank and the city of Essen have nevertheless shown their willingness to clarify and have turned this into facts by approving the return. 4. They decided to transfer ownership of the Benin Bronze Memorial Head of an Oba back to the Federal Republic of Nigeria. The Museum Volkbank has owned the Benin Bronze Memorial Head of an Oba since 1932 through an anonymous donation. 5. To implement the transfer of ownership of Benin Bronze Memorial Head of the Benin Bronze Scholarship to the Federal Republic of Nigeria on behalf of the city of Essen and the Volkbank Museumverein e.V., each of which owns half of the Volkbank collection. 4. Project Intercultural Health Guides 5. The goal of the Intercultural Health Guides project is equal opportunities, said the Essen mayor, who handed out the health certificates to a total of 19 people. 5. You, as Intercultural Health Guides, take on important tasks, inform people with an immigrant background and at the same time strengthen the personal responsibility of migrants. 5. On behalf of the city of Essen, I thank you for investing a lot of time and energy and for having undergone intensive training. 6. This commitment is worthy of all honour and deserves recognition. Quote end Mr. Mayor Kuford of the city of Essen. 6. How do I find the right doctor? What can I do to get and stay healthy? How does the German healthcare system work? 6. The answers to these questions are often difficult to find within language barrier. 7. Intercultural Health Guides start right here, right there and inform people with a migration background about the wide range of offers in the German health system and about health promotion topics. 8. The aim of the offer is to strengthen the personal responsibility of migrants and to close information gaps. Thank you to the city of Essen. Thank you. 8. The aim of the terreau of Gen geral Shaka will be the first and if you will. 9. The protection for Erik Esnes, you will need to separate. 9. The protection for explicar with information needs in the approaches. 9. The building of Temple Guides is torick Enzoi, which is why one of the Deixa�s and Israel will be the project needed to begin with. und gleich bis zum Jahr 2021. Der Rettungsstatt in Hessen ist auch im Jahr 2022. Bei dem Jahr 2022 wird das Übertragende aus dem Anbelangst. Für die Rettes der Deutsche Toumes Kofen, ist es wichtig, dass die Stadt vorgesehen haben, die Stadt der Stimme derlarationen für die Jugendlichen. Und mit den Beianern, der Fallkbank ist, ist der Fallkbank-Volkbank-Volkbank-Volkbank-Volkbank-Volkbank. und die Kraft und die Verwärterung für die Folge von Feuertfunk im Stadtteil des Mieden und bewegen man sich um das Verwärter zu erzuhalten, und der Ziel ist auch das Verwärterung für die Verwärterung. Und das ist auch der Verwärterung für die Verwärterung für die Verwärterung, um die Verwärterung zu diesem Zusammenhang über die Verwärterung, und die Verwärterung für die Verwärterung im Stadtteil der Erwartungen, und durch die Verwärterung der Verwärterung der Schöpfungen der Verwärterung. 3. Bänin-Bronze Es ist ein Rett, ein Rett, ein Rett, aber ein Rett von Fölkbank und Miedenheit Eissen hat mit dem, die sich mit dem, um die Verkaufel zu untertenen, und das zu verabschieden. Das war, um die Verkaufel zu verabschieden, um den Verkaufel zu verabschieden, zu verabschieden, um die Verkaufel zu verabschieden, um die Verkaufel zu verabschieden, um die Verkaufel zu verabschieden. Es gibt eine Art von Folkfunk, zum Beispiel Benin-Bronzi, mit einem Reksel von 1932-Bronzi-Bronz-Bronz-Bronz-Bronz-Bronz-Bronz-Bronz-Bronz-Bronz-Bronz-Bronz-Bronz-Bronz. Untertitelung des ZDF für diegift, die Autos der Stirn des ZDF-Bronz-Bronzen. Ein Untertitelung des ZDF-Bronz-Bronz-Bronz ist, zum Beispiel in der Kirche Generation. Sie haben die Red поверхen der Zwischen ZDF-Bronzer-Bronz-Bronz-Bronz-Bronz-Bronz-Bronz-Bronz-Bronz-Bronz. Und die Menschen zu Sieben haben, von den Ausgaben und bei der Zeit der Zeit, die Menschen zu trennen, aus der Stadt. Und ich freue mich auf die Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich. Räson de l'attribution de la sculpture de Remarciement à la Ville d'Essen. Première, dispense des frais d'entre pour une exposition permanente, participation culturelle, integration. L'entrée à l'exposition permanente du musée d'art d'Essen-Folkwang devrait rester gratuite. La Fondation Groupe prendra en charge le financement pendant encore un an et demi jusqu'au fin 2021. On annonçait lundi la Fondation et la Ville d'Essen. À partir de 2022, année de 100e anniversaire du Muséum d'Essen, selon le maire Thomas Koufens-Déou, la Ville souhaite garantir un accès gratuit et permanent à la collection permanente. Selon ses propres déclarations, le musée Volkwang II est renommée internationale et le premier grand musée d'art allemand à proposer une telle offerte permanente. Deuxième, concept cadre pour la décennie Volkwang. La décennie Volkwang doit garantir la compréhension, l'expérience et la perception de l'idée renouvelée de Volkwang dont la ville est au-delà et doit toujours garder un œil sur Volkwang en autant qu'il lieu de rencontre de la communauté. L'objectif est également de promouvoir l'éducation culturelle et le réseautage. Cela devrait être mis en ouvrage, par exemple, par l'ancrage structurel de la participation culturelle et à laquelle la ville donne des lieux scolaires ou extrascolaires et par la visualisation des réseaux régionaux et nationaux. Troisième, retour de bronze béninois. Le sujet de la restitution est un sujet difficile et sensible, mais le musée Volkwang et la ville d'Escène ont néanmoins montré leur volonté de clarifier et en tant qu'on s'est précisé, se fait en approvant le retour. Ils ont décidé de transférer la propriété de la tête commet, morative d'un au-bas. En bronze de Benin, à la République fédérale de Nigeria. Le musée Volkwang est propriétaire de bronze Benoit-Tête, comme Momo Frative. De nouveau, depuis 1932, grâce aux Grèces ou à une donation anonyme. De mettre en ouvrage, ouvre le transfert de propriété de bronze de Benin à la République fédérale de Nigeria. Au nom de la ville d'Escène et du Volkwang Museum for Aid et FAO, dont chacun possède la moitié de la collection Volkwang. Quatrième projet, guide de santé interculturelle. L'objectif du projet de guide de santé interculturelle de l'égalité des chances est de déclarer le maire d'Escène, qui a remis les certificats de santé à 19 personnes au total. En tant que guide de santé interculturelle, vous assumez des tâches importants, informer les personnes issues de l'immigration et renforcer en même temps la responsabilité personnelle des migrants. Au nom de la ville d'Escène, je tiens à vous remercier d'avoir investi beaucoup de temps et d'énergie et pour avoir suivi une formation intensive. Cet engagement est digné de tous les honneurs et mérité d'être reconnu. Comment trouver le bon médecin ? Quel puis-je faire pour être et rester en bonne santé ? Comment fonctionner le système de santé allemand ? Les réponses à ces questions sont souvent difficiles à trouver en raison de la barrière de la langue. Les guides de santé interculturelle commençons à informer les personnes issues de l'immigration sur la large gamme d'offres de système de santé allemand et sur des sujets liés à la promotion de la santé. L'objectif de cette offre est de renforcer la responsabilité personnelle des migrants et de combler le manque d'information. Merci beaucoup. L'oeuvres de la possibilité de renforcer la responsabilité de la santé allemand et pour cette affaire. L'occasion des deux conseils de la santé allemand 1. Mais de la santé allemand 1. Kalıcı, 1. Sergis стал pour l'eau cherché entre l'eau, 1. Vakif ve Esen şehri Pazartesi günü yaptığı açıklamada Krupp Vakfü'n 2021 sonuna kadar finansman bir buçuk yıl daha devralacağını duyurdu. Lord Belediye Başkanı Thomas Kufent CDU göre Esen'deki müzeyin 100 yıl dönümü olan 2022'den itibaren şehir kalıcı koleksiyona kalıcı ve icretsiz giriş saklamak istiyor. Kendi açıklamalarına göre uluslararası üne sahip müzeyin Volkbank bu kadar kalıcı bir teklife sahip ilk büyük Alman sanat müzesidir. İki, Volkbank on ili için çerçeve konsepti. Volkbank on ili yenilen Volkbank fikrinin şehirde ve ötesinde anlaşmasını, deneyilemesini ve algılanmasını sağlamalı ve toplumun buluştuğu bir yer olarak Volkbank her zaman göz önünde bulundurmalıdır. Amaç aynı zamanda kültürel eğitimi ve ağ oluşturmayı da teşvik etmekir. Bu örneğin okullarda veya ders, dişi, yelerde kültürel katılımın şehir şapında yapısak olarak sabil denemesi ve bölgesel, ulusal ağların göğ reseleştirmelesi yoluyla uygulanmalıdır. Üç, benim bronzonun dönüşü. Tazminat konusu zor ve hassas bir konudur. Ancak Volkbank müzesi ve Esen şehri yeni de konuyu açıklaya kavuşturma konusundaki iştekiliğini göstermiş ve geri dönüşü oynararak bunu gerçeğe dönüştürmüştür. Beni bronz oba anıt başkanın mülkiyetini Nijerya Federal Cumhuriyeti'ni devretmeye karar verdiler. Volkbank müzesi 1932'de bu yana isimsiz bir bağış yoluyla benim bronz oba anıt başına sahiptir. Benim bronzunun mülkiyetinin Nijerya Federal Cumhuriyeti'ni devredilmesini gerçekleştirmek. Esen şehri ve her biri Volkbank koleksiyonunun yarışına sahip olan Volkbank müzesi 1.EV adına. 4. Proje Kültürlar Arası Sağlık Rehberleri Toplam 10-9 kişiyi sağlık sertifikalarını dağıtan Esen Belediye Başkanı Kültür Rası Sağlık Rehberleri projesinin amaç-fırsat eşitliğidir dedi. Kültür Rası Sağlık Rehberleri olarak sizler önemli görevler üstleniyorsunuz. Göçmen geçmesi olan insanları birgildiriyorsunuz ve aynı zamanda göçmenlerin kayşahı, kişişahı, sorumluluklarını gülçendiriyorsunuz. Esen şehri adına çok fazla zaman ve enerji ay yırdığınız için teşekkür ederim. Yoğun bir eğitimden giymiş bu bağlılık her türlü onuru hak ediyor ve tanınmayı hak ediyor. Doğru doktoru nasıl bulurum? Sağlıklı olmak ve sağlıklı kalmak için ne yapabilirim? Alman Sağlık Sistemi nasıl çalışıyor? Dil engeli nedenle bu soğukların yanıtlarını bulmak gelinlikleri zordur. Kültür Rası Sağlık Rehberleri buradan başlıyor ve göçmen geçmesi olan insanlar. Alman Sağlık Sistemi'deki geniş yelpazedeki tekfiler ve sağlıklı teşvikleri ve geliştirilmesi konuları hakkında bilin diyor. Tekfin amca, göçmenlerin kişisel sorumluluğunu gülçendirmek ve bilgi eksileklerini kapatmaktır. Çiğçsal Motivi Per l'assegnazion Della scultura Di ringraziamento Alla cittadiyse Riunizia Al pagamento Della tassa D'ingresso Per una Mostra permanente Partecipazione Culturale Integrazione L'ingresso L'ingresso Alla mostra Permanente Del Museo D'Art Folkvang D'Essen Dovrebbe Rimanare Gratitudo La Fondazione Krupp Si farà Carico Del Anno Carico Del finanziamento Per un Altro Onne E mezzo Fino Alla fine Del 2021 Anno Onanziato Lunedì La Fonzianone La Fondazione E la città Di Essen Dal 2022 Anno Del Centenario Del Museo Di Essen Secondo Il sindicato Secondo Il sindaco Thomas Kufan CDU La città Vuole Garantire L'ingresso Gratitudo Permanente Alla Collezione Permanente Secondo Le sue Stesse Diagrazioni Il museo Folkvang Rinomato A livello Internazionale E' il primo Grande Museo D'arte Tedesco Con Un'afferta Così Permanente Due Concetto Quadro Per il Designino Folkvang Il Designino Di Folkvang Dovrebbe Garantire La Compressione L'esperienza E' la Pensione Della Rinnovata Idea Di Folkvang In città E oltre E dovrebbe Sempre Tenere D'occhio Folkvang Come luogo Di incontro Della Comunità L'obiettivo E' anche Quello Di Promuvere La Formazione Culturale E Il Networking Zio Dovrebbe Essere Attuato Ad esempio Attraverso L'ancoraggio Strutturale Della Partecipazione Culturale E Livello Sittazione Nelle Scuole O Nei Luoggi Extra Scolastici E Attraverso La Visual Lesione Visa Diretti Regionali E Nazionali Tre Ritorno Del Bronzo Del Benin Il Tema Della Restrizione E' Un Argomento Difficile E Delicato Ma Il Museo Falkvang E La City Di Essen Hanno Comunque Dimostrato La Loro Volentà Di Fare Chiarezza E Hanno Concretizzato La Questione Approvando La Restituzione Hanno Deciso Di Trasferi La Propaglietta Della Testa Come Morativa De Un Oba In Bronzo Del Benin Alla Repubblica Federale Della Nigeria Il Museo Falkvang Possiede La Testa Come Remorativa Di Un Oba In Bronzo Del Benin Dal 1932 Attraverso Una Donazione Anonima Per Attuare Il Transferimento Della Proprietà Del Bronzo Del Benin Alla Repubblica Federale Della Nigeria Per Conto Della Cita Di SNE Del Volkvang Museo Tverein E.V. Siascuno Dei Quali Possiede Metà Della Collezione Volkvang Quattro Progetto Guide Sanitari Interculturali L'obiettivo Del Progetto Guide Sanitari Interculturali Sono Le Pari Opportunità Affermato E Il Sintaco Di Essen Che Ha Distributo I Certificati Sanitari A Un Totale Di Dieci Nove Persone Voi Con Guide Sanitari Interculturali Assumiti Compiti Importanti Informati Le Persone Con Un Background Di Immigrazione Allo Stesso Tempo Rafforzata Rafforzate La Responsabilità Personale Dei Migranti A Nome Della Città Essen Vi Ringrazio Per Avere Investito Molto Tempo Ed Energia E Per Aver Seguito Una Formazione Intensiva Questo Impegno E Degno Di Ogni Onore E Merita Riconciamento Come Trovo Il Medico Giusto Cosa Posso Fare Per Ottenere E Rimanere In Buona Salute Come Funziona Il Sistema Sanitario Tedesco Le Risposte A Queste Domande Sono Spesso Difficile Da Trovare E Cosa Della Barriera Linguistica Le Guide Sanitari Interculturali Inziano Proporio Da Chi Informano Le Persone Con Background Migratorio Sull'ampia Gamma Di Offerte Del Sistema Sanitario Tedesco E Sui Temi Della Promozione Della Salute Lo Scopo Dell' Offerta E Rafforzare La Personabilità Personale Di Migranti E Colomare La Lacuna Informativa Molto Grazie Grazie Sous Vielen Dank. 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 Vielen Dank.